Möchten Sie auf die Malediven in Ägypten reisen? Lassen Sie mich Ihnen etwas über das heutige Resort erzählen. Friede sei mit dir im schönen Ägypten. Das Tagesresort hat zwei, nicht nur einen. Titanic Beach Resort und Titanic Palace. Gemeinsam lernen wir neue Features kennen und nutzen jeden kleinen und großen Ort im Resort. Es gibt immer Mängel, auch wenn sie geringfügig sind. Wie wir es gewohnt sind, werden wir diese Vor- und Nachteile der Reihe nach sehen. Rezeption, Wasserpark, Schwimmbecken, Meer und Strand, Restaurants, die Zimmern, und die Aussicht von Ihnen, Partys und Unterhaltung, Bewertung, Lage und Preise des Ressorts. Bevor wir beginnen, hoffen wir, dass Sie uns eine Freude machen, indem Sie das Video abonnieren, es liken und teilen. Rezeption, es ist sehr geräumig und groß, mit wundervollen Dekorationen und wunderschönen Orten für Fotoliefhaber. Es ist ungewöhnlich. Es ist ein großes Gebäude mit Einkaufsmöglichkeiten wie einem Einkaufszentrum. Es gibt auch Rolltreppen. Es gibt viele schöne Sitzplätze in unterschiedlichen Formen, darunter luxuriöse und wunderschöne Salons. An vielen Orten gibt es Bars, die heiße und kalte Getränke servieren und rund um die Uhr geöffnet sind. An der Rezeption gibt es auch ein Starbucks-Kaffee, allerdings gegen Aufpreis. Gratis-Wi-Fi. Im Erdgeschoss gibt es außerdem Cafés und Restaurants. Beim Verlassen der Rezeption gibt es einen großen Bildschirm und viele Sitzgelegenheiten und Cafés. Wasserpark. Es gibt viele verschiedene Spiele, einzigartig, neu und riesig. Es gibt einen Teil für kleine Kinder, einen Teil für ältere Menschen und einen dritten Teil für abenteuerlustige. Es gibt eine große Auswahl an lustigen Spielen. Es gibt ein Schwimmbad, eine Wasserpassage mit künstlichen Wellen. Wir fahren mit dem Boot mit Paddeln, was sehr schön und angenehm ist. Die Tiefe dieser Passage ist nicht groß und stellt keine Gefahr dar. Der Aquapark ist morgens von 10 bis 12 Uhr und abends von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Schwimmbecken, bei einem Spaziergang und Rundgang durch das Hotel werden Sie auf viele Schwimmbäder mit unterschiedlichen Tiefen stoßen. Trotz der großen Gästezahl kam es aufgrund der großen Anzahl an Schwimmbädern nie zu einem Engpass. Es ist wunderbar, ein überdachtes Schwimmbad für Kinder zu haben, das Sie vor der Sonneneinstrahlung schützt, und es gibt ein kleines Wasserspiel, um Ihnen Freude zu bereiten. Es gibt einen terrassenförmig angelegten See mit künstlichen Wellen, der dem Meer und dem Strand sehr ähnlich ist. Er ist sehr schön und angenehm und die meisten Gäste lieben ihn. Das Besondere an den Chais Ilongues ist, dass sie über spezielle Sonnenschirme verfügen. Darüber hinaus gibt es im gesamten Resort Umkleidekabinen, eine Toilette und einen Duschbereich innerhalb von Glastrennwänden. Es gibt jedoch Schwimmbäder für Privatzimmer und maledivische Hütten, die wir gemeinsam in den Details der Zimmer kennenlernen werden. Meer und Strand Wenn Sie das Meer dort zum ersten Mal sehen, werden Sie sagen, dass es nicht gut ist, weil es am Anfang über weite Strecken flach ist und es starke Gezeiten gibt. Aber das Rote Meer ist anders, denn es zeichnet sich durch das Vorhandensein von Korallenriffen und bunten Fischen aus, zu denen Menschen aus aller Welt zum Tauchen und Schnorcheln kommen. Es gibt einen sehr großen Betonhafen, auf dem es Plätze mit Schuhen gibt, auf denen große Sonnenschirme stehen. Es gibt auch Treppen zum Abstieg ins Meer, an dessen Ende sich ein großer und schöner Ort zum Schwimmen und Tauchen befindet, als hätte man einen Ausflug aufs Meer gemacht. Schön ist, dass es an Seilen befestigte Rettungsreifen gibt, um denen zu helfen, die nicht schwimmen können. Das Hotel verfügt über Schnorchel- und Tauchausrüstung. Der Strand ist sehr breit und die Rutschen sind von Barrieren umgeben, was für etwas Privatsphäre sorgt. Am Strand gibt es eine Bar für Getränke und ein Restaurant. Am Strand gibt es Schaukeln für Jung und Alt. Außerdem gibt es Wassersportarten und Wasserspiele. Und ein Ort zum Fußball am Strand und für das Riesenschachspiel. Es gibt auch Orte am Strand, an denen romantische Abendessen stattfinden. Restaurants Es gibt eine Gruppe verschiedener Restaurants, darunter das Hauptrestaurant. Andere Restaurants namens Alakate servieren libanesische, italienische, chinesische, indische, japanische, mexikanische und mongolische Gerichte. Das Hauptrestaurant serviert Frühstück, Mittag- und Abendessen als offenes Buffet. Frühstück und Abendessen sind immer besser als das Mittagessen. Ich bitte die Insassen, so viel Essen mitzunehmen, dass keine Reste davon übrig bleiben, die in den Müll geworfen werden. Das Hauptrestaurant zeichnet sich dadurch aus, dass es Eis auf den Boden der Schüsseln mit Gemüse, Obst und Süßigkeiten legt, um es jederzeit frisch zu halten. Es gibt Grills in vielen verschiedenen Ausführungen. Es gibt eine Pasta-Ecke, die direkt mit den Belegen ihrer Wahl, Tomatensaucen, Hackfleisch und weißer Soße zubereitet wird. Neu ist, dass es im Restaurant eine spezielle Ecke für gesunde Lebensmittel gibt, darunter gekochte, Joghurt aller Art und Trockenfrüchte. Für die eigenen Kinder gibt es eine sehr schöne Ecke und für sie geeignete Tische und Stühle. Für die Nutzung des à la carte Restaurants ist eine vorherige Reservierung erforderlich. Snacks sind von 12 bis 17 Uhr erhältlich und es werden gegrillte Köfter Sandwiches, Burger, Käse, Pommes frites, Salate, Obst und Saft serviert. Die Zimmer und ihre Aussicht Es gibt viele und unterschiedliche Zimmer, darunter Doppelzimmer, Zwei-Zimmer-Familienzimmer und Malediven-Bungalows. Die Zimmer sind sauber, aber gewöhnlich und im Vergleich zu anderen Hotels des gleichen Niveaus nicht beeindruckend. Die Möbel sind etwas alt und müssen verbessert werden. Es gibt einen Wasserkocher, Tee, Nescafé, Zucker und Wasser. Am Tag des Empfangs gibt es auch Pepsi-Cola. Einer der Nachteile ist, dass der Zimmerservice schwach ist und einige Gäste sich beschwerten, indem sie die Rezeption anriefen, um ein Problem im Zimmer zu lösen, aber es gab keine schnelle Reaktion. Mittlerweile gibt es eine Beschwerde darüber, dass der Strom tagsüber eine Stunde lang ausfällt. Aber diese Situation besteht in Ägypten derzeit bis Ende dieses Monats. Die Aussicht von allen Zimmern ist sehr wundervoll. Einige blicken auf das Meer, einige auf die Schwimmwäder und andere auf den Garten. Es gibt auch Zimmer mit privatem Pool. Dieser wird jedoch mit einer Gruppe anderer Zimmer geteilt. Jetzt haben wir den wichtigsten Ort des Ressorts erreicht. Nämlich die Malediven Bungalows, die sich in der Mitte der Schwimmbäder befinden, und jeder Bungalow oder Bungalow verfügt über einen eigenen Pool. Maledivenhütten sind wunderschön, wunderbar und anders. Eine Besonderheit ist, dass Privatschwimmbäder im Gegensatz zu anderen Schwimmbädern nur von den Eigentümern zum abendlichen Schwimmen genutzt werden dürfen. Partys und Unterhaltung Partys und Unterhaltung, ganz besonders sind die Animationsabschnitte am Pool am Morgen. Einige Gäste verlangen, dass die Animationszeit länger als die aktuelle Zeit ist. Abends gibt es Aufführungen auf der römischen Bühne, etwa mit dem Zauberer Tanura, und internationale Aufführungen. Tagsüber gibt es eine sehr schöne Schaumpartie am Pool und manchmal auch am Strand. Es gibt einen großen Kinderspielplatz mit vielen schönen und sehr lustigen Spielen. Es gibt einen Kinderclub und ein Billardbereich, Videospiele, Tischtennis und Bowling. Das Besondere ist, dass es, wie Sie sehen können, ein Schwimmbad mit großen aufblasbaren Schwimmkörpern gibt, die sowohl für Kinder als auch für Erwachsene sehr angenehm sind und von denen jeder begeistert ist. Es gibt ein kostenloses Fitnessstudio. Es gibt auch ein Spa, eine Sauna und einen Whirlpool. Bewertung, Lage und Preise des Resorts Beide Hotels haben keine Barrieren und bedienen sich gegenseitig. Was ein großer Vorteil ist. Die Grünflächen sind groß, aufeinander abgestimmt und schön. Das Resort ist lang und viele Spaziergänge können für ältere Menschen ein Nachteil sein. Aber die Landschaften und Schwimmbäder sorgen dafür, dass sie jederzeit unterhalten werden. Obwohl es einen Aquapark und Orte zum Spielen und Genießen gibt, sind die Unterkünfte und Zimmer ruhig. Das Titanic Place Hotel ist ruhiger als das Titanic Beach. Das Personal ist freundlich, nett, lächelnd und sehr auf Sauberkeit bedacht. Die Auslastung für Touristen von außerhalb Ägyptens ist hoch. Im Allgemeinen ist das Resort wunderschön und jeder Ort darin wird wunderbar und angenehm genutzt. Aus meiner Sicht beziehen sich die Mängel darin auf den Beginn des Meeres und die Zimmer, da diese einer Renovierung und einem Ausbau bedürfen. Aber der Aquapark, die Schwimmbäder sowie die Tauch- und Schnorchelplätze sind sehr angenehm. Das Hotel liegt an der Village Road, in der Nähe des Viertels Saal-Hashish. Es ist 20 Minuten vom internationalen Flughafen Hurgada, 10 Minuten vom Grand Aquarium, 20 Minuten von der Touristenpromenade und 30 Minuten vom Touristenhafen entfernt. Die Preise finden wir auf Hotelreservierungsseiten wie Booking.com, auf Social Networking Seiten, bei Tourismusunternehmen oder in der direkten Kommunikation mit dem Hotel. Wir platzieren einen Link direkt im Beschreibungsfeld, um den Preis zu erfahren, sobald Sie das Video ansehen. Wir hoffen, dass wir Sie glücklich machen konnten, genauso wie wir hoffen, dass Sie uns glücklich machen, indem Sie den Kanal abonnieren, das Video leaken und es mit Ihren Liebsten teilen. Wir warten darauf, dass Sie hierher kommen und das schöne Ägypten genießen. Friede sei mit Euch in Eurem zweiten Land, Ägypten. Auf Wiedersehen, Freunde. Ich liebe Euch.